So, wir haben August, die Zahl ist vergangen, wir sind in der Erntephase. Wir fangen gezielt an, von unten nach oben. Das heißt, wir fangen hier unten an, fällt unten dieses, 92, 97, 101, 104, 217, 120, 21, 149. Schauen wir, wie viele Ballen wir rauskriegen werden. Ja, da gibt es dazu jetzt nichts zu sagen. Also, deswegen, wenn wir tanken fahren müssten, mit dem Häcksler. Aber ansonsten, ja, es ist wieder Silagezeit. Das Gras ist auch natürlich mühbereit. Das könnten wir theoretisch mühen lassen, aber... Lassen wir es einmal. Gut. Gut. Ja, beim letzten Mal haben wir noch gesehen, wie das letzte Feld da unten abgeerntet wird. Das war noch eine, ich glaube, das war diese kurze Folge, wo ich noch unbedingt diese Ernte... Abschließend sollte ja dazwischen, ist ja Zeit vergangen. Ich habe allerdings offline zwei Sachen gemacht. Mich um die Kühe gekümmert. Ich habe mir Felder angesehen, bereits die Zukunft geplant, was Kredit ist und bla bla bla, jetzt habe ich mich verfahren. Ist egal, dann fahren wir von hinten an. Ist ja absolut kein Thema. Aber, ja, das habe ich jetzt so gemacht. Und dann kann es losgehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann haben wir es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es dauert dann auch was weiter geht wieder. Vielen Dank. Mm-hmm. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist besser. Schau mal, was sich ausgeht heute in der Erntephase. Demonstration, was sich in der Erntephase befindet. Der Erntephase ist ein kompletteer Ort. Die Stahlkirche und den Erntephase befindet sich in der Erntephase. Die Stahlkirche ist ein leichter Ort. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin gespannt, wie viel da wirklich rausgeht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sind schon 132.000 Liter Häcksel. Das ist eine vollen Erntefaser. Das ist halt Wahnsinn, was da rausgeht. Das geht. Okay. Okay. So. 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 So.